Die Schachspielerin von Bettina Henrichs. Aufmerksam bin ich auf dieses Buch geworden durch den Film. Das ist eigentlich untypisch für mich, weil ich eigentlich immer erst gerne das Buch lese und dann, wenn überhaupt, den Film mir ansehe. Damals wusste ich allerdings noch nicht, dass es ein Buch zu diesem Film gibt. Es ist verfilmt worden mit Kevin Klein, wer jetzt die französische Schauspielerin war, die die Hauptrolle hatte, ist mir leider entfallen. Aber es gibt dazu auch eine Rezension, ich verlinke das hier unten auch einmal, zu dem Film mit dem Trailer. Mir hat der Film damals schon sehr gut gefallen. Meine Tochter fand ihn ziemlich langweilig und ich glaube auch, dass das Buch nicht unbedingt für eine 20-Jährige geeignet ist. Man muss vielleicht schon ein paar Jahre mehr auf dem Puckel haben und vielleicht auch mal in die Situation geraten sein, dass man wirklich keine Wünsche, keine Sehnsüchte mehr hat und wirklich darauf wartet, dass wieder irgendetwas passiert, was einem auf der Seele brennt, das so wichtig ist, dass man aus dieser Lethargie wieder herauskommt. Ja, Eleni ist 42 Jahre alt. Sie lebt auf Naxos. Sie ist verheiratet mit Panos. Sie hat zwei Kinder mit ihm. Panos ist noch sehr attraktiv und interessiert sich auch für andere Frauen. Eleni hat sich einfach damit abgefunden, dass sie nicht mehr so attraktiv ist, dass ihre Kinder sie auch eigentlich nicht mehr so brauchen und ihr ganzer Tag ist im Grunde genommen, ja, eintönig. Jeder Tag ist mehr oder weniger wie der andere. Auch die Gespräche mit ihrer Freundin, es ist halt Klatsch und Tratsch. Wirklich interessieren tut sie das auch nicht. Das alles ändert sie schlagartig, als sie beim Aufräumen eines Zimmers eine Schachfigur findet, die auf dem Boden liegt. Sie hebt die Figur auf und warum es so ist, kann sie sich wahrscheinlich selber nicht erklären, aber sie nimmt diese Figur in die Hand und in ihr entsteht einfach der Wunsch, sie möchte Schach spielen lernen. Das hängt vielleicht auch mit dem jungen Paar zusammen, das dieses Zimmer gewohnt. Vielleicht erhofft sie sich davon, wieder mehr Gemeinsamkeiten mit ihrem Mann zu haben, der ja seine Freizeit in einem Café verbringt bei dem Armenier. um mit dem zu spielen. Allerdings kein Schach, das kann er auch nicht. Und sie nimmt sich auf einmal vor, sie will es unbedingt, wie sie seit Jahren nichts gewollt hat. Sie will Schach spielen lernen. Sie kann aber auf der Insel niemandem, ja, nicht vertrauen. Sie weiß ganz genau, wenn sie irgendwo jetzt hineingehen würde und würde ein Schachspiel kaufen, wäre das sofort das Inselgespräch. Und so vertraut sie sich ihrem alten Lehrer an, der sich gar nicht so richtig mehr noch an sie erinnern kann und bittet diesen eben für sie ein Schachspiel zu kaufen. Er entscheidet sich dafür, einen kleinen Schachcomputer für sie zu kaufen und ein Buch. Und sie packt das ein und schenkt es ihrem Mann zum Geburtstag. Doch der hat dafür eigentlich gar keinen Blick übrig. Nichts liegt ihm ferner, als sich mit Schachspielen abzugeben. Ja, und eigentlich sollte sie dadurch schon wieder fast entmutigt sein. Aber sie nutzt jetzt die Nächte und alle Freizeit, die sie hat und spielt heimlich Schach. Und sie weiß ganz genau, dass ihr Mann das missbilligen würde und dafür kein Verständnis hatte. Und so versteckt sie dieses Schachbrett, pfiffig wie sie ist, in der Gefriertruhe, weil außer ihr fasst da eh niemand hinein. Sie kommt aber irgendwann an den Punkt, dass sie einfach, ja, merkt, sie braucht da mehr Hilfe und sie wendet sich halt wieder an ihren Professor. Dieses Spiel bringt sie wirklich in die Position einer Außenseiterin. Man hat kein Verständnis für sie, aber sie lässt sich trotzdem nicht abbringen von ihrem Weg, dieses Spiel zu beherrschen. Sie findet halt Unterstützung in diesem alten Professor, der auch schon über 80 Jahre alt ist. Es ist eine rührende Geschichte. Die Geschichte des Professors ist wirklich auch sehr rührend und Eleni ist wirklich stark. Sie geht den Weg, sie zahlt den Preis. Ob ihre Ehe daran zerbricht, werde ich jetzt nicht verraten. Die Geschichte nimmt noch die eine oder andere wirklich erstaunliche Wendung. Mir hat das Buch noch besser gefallen als der Film. Der Film ist auch etwas anders. Er spielt zum Beispiel nicht auf Naxos, sondern auf Korsika. Der Professor ist da ein deutscher Doktor, bei dem sie putzt, mit dem sie also nicht diese Verbindung hat, die ehemalige Schülerin zu sein. Und es gibt da noch ein paar Sachen, die halt nicht so sind. Das Buch ist wesentlich schöner. Mir hat auch die Freundschaft oder Feindschaft zwischen dem Apotheker und diesem Professor sehr gut gefallen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Und ich denke, es wird vielleicht auch manchen Frauen ein wenig Mut machen, doch wieder zu, ja, überhaupt es zu wagen, Wünsche zu haben oder eine Sehnsucht zu haben und diesen Weg einfach zu gehen, weil es lohnt sich auch ein ganz klein bisschen Egoismus auch in einer Partnerschaft für sich zu retten. Und es kann nicht der Preis der Frau sein, eine glückliche Familie zu haben, wenn das heißt, dass sie darüber hinaus sich völlig vergessen muss oder soll. Ich kann es also wirklich allen Frauen, die vielleicht schon etwas älter sind, absolut empfehlen.